Ja, hier geht es um geschützte Zeichen. Ich habe hier mal das Wort Vitamin C-Gehalt und Kopf- und Fußzeile und ich möchte nicht, dass wenn ich jetzt das am Ende einer Zeile habe, dass sich das entsprechend so auftrennt und dann kommen die Vitamine runter, sondern ich möchte, dass das komplett zusammenbleibt. Das geht damit, indem ich hier die Umschalt-Taste, Steuerung-Taste und Mitte-Strich-Taste drücke. Jetzt habe ich hier einen geschützten Bindestrich. Das mache ich hier auch. Umschalt-Taste, Steuerungstaste, Mitte-Strich. So, und wenn ich jetzt an das Ende dieser Zeile hinkomme, dann hüpft das ganze Wort in die nächste Zeile. Das ist also der geschützte Bindestrich. Ich kann das auch mit Leerzeichen machen. Ich mache jetzt hier praktisch dieses Leerzeichen weg. Also Umschalt-Taste, Steuerungstaste und Leertaste. Jetzt bin ich gespannt, wie das hier funktioniert mit diesem Bindestrich. Ich mache das Ganze mal ans Ende schieben. Okay, es bleibt zusammen. So kann ich das also machen. Also Kombination ist immer Umschalt-Taste plus Steuerungstaste plus entweder Mitte-Strich oder dann Leertaste. Also, ich mache das Ganze dann wieder. So kann ich das Ganze mal ansiosa. Vielen Dank.